Moin, ich bin's, der Steffen und gestern habe ich euch die Frage gestellt, wie viele Meter Kabel wurden eigentlich in unserem Bad verlegt. Und das sind 76.936 Meter Kabel gewesen. Und heute habe ich für euch die Frage mitgebracht, wie viel Glasfläche, wie viel Quadratmeter Glasfläche haben wir eigentlich an unserem Bad? Ich wünsche euch viel Spaß beim Bad. Vielen Dank.